Du, ich und alle 8 Milliarden Menschen auf der Welt tun es. Jeden Tag. Wir alle müssen auf die Toilette. Als Filmemacher, der sich mit Umweltthemen beschäftigt, bin ich neugierig geworden. Wo landen unsere Kackwürste eigentlich am Ende? Und was passiert mit den Schwermetallen und anderen Giftstoffen? Sind sie noch im Klärschlamm? Die Kontamination kam von Sludge-Bretting. Die Städte-CDC hat uns eine E-Mail gesagt, dass wir nicht die Wasser, die Milch oder die Mieter trinken. Die Städte von Sludge-Bretting Poisoning our land will have a greater human toll. It comes down to money and politics. Es ist schon behachtlich, dass das vor nur wenigen Wochen menschliche Scheiße war. Fizzles in plant ist in abundance, das ist eigentlich zuerst ab und zuerst. Afrika ist zuerst, wenn wir keine solche Ideen des Kompostes adoptieren. Let's put the poop back into the loom. Lasst uns eine Toiletten-Revolution beginnen. Die Städte von Sludge-Bretting 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 Vielen Dank.